Guten liebe Leute, willkommen zur ersten Runde Unloved mit dem guten YOLO 09.000 Jo, ne, Unloved, hier bin ich, da ist Geren und worum es dem Spiel genau geht, weiß ich selber nicht. Ich bin neu, er ist, keine Ahnung, hat schon mal ein bisschen angespielt und... Äh, nicht nur ein bisschen, ich hab's sogar fast durchgespielt. Äh, was man, wenn man's durchspielen, nennen kann, äh, weil es gibt halt mehrere Stages, ich hab jetzt Random Map gewählt, man muss hier halt, äh, Blattmaschines finden, äh, diese füllen und dann zurück hier in den Elevator, beziehungsweise in den Aufzug, wie immer der fährt, keine Ahnung, äh, belassen wir's dabei. Äh, ich will einmal kurz, ich glaub, also die Map hier hab ich auch mal ganz kurz angespielt, nicht wirklich weit gekommen. Äh, ich glaub, es stand irgendwas, dass man erst die Stealth hier fertig machen muss, bevor's weitergeht. Ähm, das kannst du nicht genau wissen, daher, dass jede, äh, jede Map immer random ist, mit den Loots und alles. Äh, du kommst auch mal kurz bitte zu mir, weil ich will dir mal kurz was zeigen, was du wahrscheinlich noch nicht wusstest. Äh, wo bist du denn überhaupt? Äh, hinter mir, ja, dann komm mal kurz mit. Und zwar siehst du hier dieses kleine Fläschchen. Was haben wir denn hier? Äh, das, äh, das ist so zum Beispiel, um dein Leben aufzufüllen. Hold E to pick up uphill drink. Ja, das soll, find ich gut. Ja. Gut, äh, hier gibt's glaub ich weiter nichts im Raum, also ich habe bis jetzt nichts weiteres gesehen, dann öffnen wir mal die erste Tür, die hier. Äh, oh, ich hasse diesen Raum, ohne Witz, der war mir schon immer unsympathisch. So, hier rein. Ah, 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 hier liegt eine SMG, die nehm ich mir grad mal, zacket. Oh, jetzt hast du mich grad voll erschreckt, Alter. So, gehen wir mal kurz hier durch. Oh, SMG-Magazin. So, und wir haben auch schon das erste Bloodcrest, also die erste, äh, Türschlüssel haben wir geholt. Gut. Dann sollten uns gleich Zombies entgegenkommen. You don't say. What did I say? Äh, bei mir kommt keine, ich hab ne Armorplatte gefunden, die nehm ich mir grad nach. Äh, zack. Oh, ich hab ne Errungenschaft freigeschaltet. Und ich hab grad zwei Zombies erledigt. Äh, this, the door is rusted shut. Deine Mutter ist rusted shut. Hier sind noch ein paar Mobs, ich hör so. Ja, bei hinter der Tür. Übrigens, Leute, äh, ich zock grad wieder mit dem PS4-Controller. Äh, lass uns mal hier nochmal, äh, du darfst diesmal entscheiden, was für eine Tür aufgehen soll, die kein Zeichen bitte in der Mitte hat. Die geht nicht. Oh, ja, stimmt. Die Tür ist verrostet. Wo ist denn hier der Hausmeister? So, ich, nimm mal die Tür. Denn dahinter hab ich was gehört. So, you face my gun. Äh, ich habe gerade 100 Headshots erreicht. Äh, was mir grad ein bisschen lieber wär wär. Ah, cool, hier hab ich ein Trinket. Ich hab Outer Killer bekommen. Was es mir genau bringt? Keine Ahnung. Ich hab ein Trinket gefunden. Nice. Sei mir nicht böse, ich hab's mir grad selbst aufgenommen. So, hier hab ich grad mal SMG-Monie, das freut mich sogar. Weil ich hab meine SMG parat. Oh, eine Supersoft-Garn. Nice. Ja, geil, jetzt hat jeder mal eine Sekundärwaffe. Ich glaub, ja, mein SMG-Monie ist voll. Was haben wir hier? Einen silbernen Schlüssel. Zack. Nice, für die Kiste. Yo, äh, hier haben... Was haben wir hier? Pistolen-Monie. Ich hab noch genug. Hier haben wir Dings. Äh, komm mal her. Warte Gott, Schrottflitten-Munition. Komm mal her. Äh, nimm mal hier die Armourplatte auf. Uh, nice. Äh, mehr Rüstung. Genau, weil ich hab noch volle Rüstung. Und du hast sogar schon Leben abgezogen bekommen. Äh, deshalb geb ich die mal. Oh, cool, hier liegt eine Supershotgun. Zack, ich bin voll ausgerüstet mit Waffen. Ja, hier auf dem Tisch lag eine. Äh, die Tür ist zu. Wenn da mal eine Tür wäre, kann man sie auch öffnen. Oh. Verpiss dich. Hey, die hat was... Äh, die hat Health getroppt. Ja, geil. Äh, nimm's dir auf grad, weil du bist ja ein bisschen, äh, geschwächt. Ich... Ich mach doch mal die nächste Tür auf. Und hier haben wir grad, äh, das blaue Dings, der Boomster. Äh, ja, hier für die blaue, dafür brauchen wir aber noch eine andere Crest. Würde ich sagen, gehen wir nochmal kurz zurück und, äh, gucken nach ein paar anderen Türen, die noch öffnbar sind. Oh, hier für draußen waren ja noch welche in dem Gang. Ich würde dir die hinten öffnen. Äh, gut, hier waren wir schon drin. Wo hast du grad geöffnet? Du bist ein... Ja, raus und dann nach rechts. Ah, hier. Äh, ist hier irgendwas Interessantes. Hier ist ein dicker. Oder eine dicke. Äh, hört sich zumindest so aus. Ah, cool, äh, ich nehme mal kurz das Cardpiece. Ich hab grad Lootglück, Alter. Das liegt wahrscheinlich an dem hohen Karma. Äh, falls ihr wisst, was das Karma genau bringt, weil ich weiß es noch nicht, äh, dann schreibt's mir auch mal bitte unten in die Kommentare. Was ist das denn gerade? Gut, ich würd, äh... Wo bist du? Ich bin in einem Raum, in dem ein Stuhl an der Decke hängt. Ich bin in einem Raum, in dem ein Stuhl. Alles klar. Schön, dass du hier geistig zurückgeblieben bist, aber nein. Komm mal wieder zur Blatt... Ah, genau, komm mal mit. Äh, wollen wir die Tür jetzt mal öffnen hier? Jo, öffne. Das war nicht so gut. Ach, der hat funktioniert. Nice. Ja, ich hab grad... Oh. Cowboy. Oh, er hat mich... Irgendwas haut mich irgendwas an. hat mich hilf mir hilf mir hilf mir hilf mir achst du jetzt auch ein smg äh cool dann kann ich mir grad mal hier meine armor wieder aufpicken oh was haben wir denn hier good bye news nurse 1 hoppla verlesen jo äh rüstung ist das das blaue guten tag hallo is somebody here nö sieht nicht so aus ich hab den schlüssel auch zack basemap fold ist los you got a new totem green ah fuck you ich hab irgendwas mit map stattdessen oh hilf mir mal hier ist der dörf kurz im moment nachlade effekt oder gib der bitch gib ihm wo denn doch so schon futsch ja ja aber echt nicht aus nein cowboy nein fertig 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 cool so viele gut ah nein da kommt ein kleiner fett der tut auch feuer spielen also pass auf hier ist ein freezer ein kühlschrank oh zwei cowboys naja die sind ja kein problem hier sind immer da hier diese viecher sind immer das problem weil die sprinten auch ab und zu einfach mal auf die schluss hier ist noch ein cowboy zack weg ist er nice hier liegt health potions falls du brauchst brauchst du aber nicht du hast ja volles leben wie fast voller ammo äh armor jetzt wieder zurück einfach mal den schüssen wieder zurück ich würde gern diese türe öffnen warte mal hier liegt noch gerümpel munition 55 schuss davon was liegt hier in dem kleinen raum ja guck mal nach kurz im moment hier ist irgendwo noch eine bitch auch sogar noch ein cowboy und fertig 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 der schalter die ganze zeit schießt schon auf mich und ich so ja gut ich bin jetzt der schritt oder die cloud oder die cloud oder die cloud hilft mir hier ist noch ein monster hier nur cowboy aber da hinten lockt oder lauf noch ein paar zwei habe ich jetzt insgesamt gesehen es können aber noch mehr sein clown scheiß hält der kaufel aussage ja die schlucken richtig wir müssen immer als erstes alle zombies töten ansonsten wird das zu gefährlich weil wenn einer ist doch da ja dicker dicker dick und grau nein hat der basey auf dem rücken so zu sagen oder ist das ein stachel weg eliminiert get out of my way bro gut ähm ja dann wechsel ich jetzt mal kurz auf mein smg kommst du her warte mal hier ist ein jäger was ein schon tot ein cowboy ja was auch immer ja wenn ähm ah geil hier haben wir grad die cress oh lol voll den Aschreis rettet thanks for saving me thanks for saving me I'm saving mod äh tu ich mal hier drauf auf die ich hab sie äh du kannst dinks das wird äh zufällig entschieden was ach so für was ah ok jetzt auf die mental waffe auf die äh smg genau stimmt aber nicht ah ja wie gesagt du kannst das leider nicht kontrollieren das wär ja super geil oh ist noch einer das haben wir hier ich nehme mal den nächsten waffen mod auf der pistole pf oh ne neuer shotgun aber haben wir schon beide jup munition ist auch ah da ist die pistolen munition die brauche ich nicht richtig ich habe ein foto gefunden pf böse fliege äh da 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 was haben wir hier shotgun money oh hier liegt äh ein volles magazin und ein card piece ja nimm dir das card piece pistolen munition ist voll dann nehme ich auch grad die Pistole in die Hand äh was haben wir ach so wir haben auch die nächste craze ah geil hier ist ein zack das nächste totem 3 das ist dicker also ein großer dicker weg ist der große dicke von hier smg money ja könnte ich mal wieder was gebrauchen meine fresse oh du hier wenn ihr einer schießt dann bin ich das du wechsel ich fürchte kam mir von der groß 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 und böse groß groß und böse ist wer ist schon tot sag ich mal ach ist wieder ach so ein Vieh ouch irgendwas versucht sich mit ihr mit seinen Feuerbällen abzuballern ist schon tot gut dann würde ich sagen gehen wir mal so langsam weiter wir können ja nicht auch 24 7 und gleich den Raum pimmeln ja geil toll wow ja ich sag ah ne warte 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 böser cowboy und hier sind ja noch immer mobs oh ne ganze menge oh ne ganze menge und mit ferdy nix zu kurz aufs schützen geh ah clown alter der clown der hat drin ah guck mal ich kann auf zwei waffen wechseln auf die dritte waffe leider nicht komischerweise oh er fickt mich gleich ja jetzt schluckt doch nicht so viel jetzt wo ist denn die waffe da er hat da nach hinten geschossen alle viele dicker stehen sind das denn keine ahnung oder zwei glaub ich das waren zwei einer tot zweites auch tot alter ich würde sagen lass mal kurz nach neben gucken erst mal weiter nein hier ist ja noch immer was los alter wollt ihr mich ficken ich hätte das helft grad eben doch noch nicht nehmen sollen ah guck mal ich kann jetzt auch mit meinem controller äh die waffe wechseln nice tut mir leid ich hab mir grad nur das viel nachgemacht äh ich glaub das ist bei dir oder ja das ist nicht nur ein viel clown clown komm aus der tür raus allerschöte was auf dem fischer ach ich hab das tot ich hab das tot ich hab das tot ich weiß nicht wo such dir kurz leben schon bin ich ja nicht nein gut ach ich hab F gedrückt ne hä Ich muss auch mal kurz nach ein bisschen Leben suchen. Ah, hier ist wenigstens schon mal ein bisschen Leben. Zack. Hast du wieder Leben? Such alles, was du an Leben finden kannst. Jo, ich guck gerade. Hier liegt ein Medikid bei mir. Was? Wo? Hier liegen sogar zwei Medikids. Ich fahre einfach mal in Schüssen, weil ich bin schon wieder am Schie... Ah, ey, verpiss. Du bist eins weitergegangen, hier hinten. Okay. Also siehst du mich doch auf der Karte, Alter. Karte? Ach doch, stimmt. Wo sind die Medikids? Hier. Komm, ich stehe. Nice.